Soundcube ist ein von Audi selbst entwickeltes, lieferantenunabhängiges und im Markt einzigartiges Audio-Software-Framework. Die Einentwicklung des Soundcube-Frameworks ermöglicht uns maximale Freiheit bei der Entwicklung und Auslegung unserer Soundsysteme. Das bedeutet, wir bestimmen selbst den Funktionsumfang jedes unserer Soundsysteme ohne Restriktionen von außen. Die hohe Flexibilität von Soundcube erlaubt uns den Zugang zu neuartigen Audio-Algorithmen. Dadurch können wir die besten am Markt befindlichen Audio-Algorithmen implementieren und unseren Kunden zur Verfügung stellen. Des Weiteren erlaubt die Soundcube Architektur den Einstieg ins Digital Business im Soundbereich. Zukünftig können wir unseren Kunden über Function on Demand auch nach dem Fahrzeugkauf neue Audio-Funktionalitäten anbieten. Für die Zukunft wünsche ich mir unseren Soundcube auch bei weiteren Schwestermarken neben Bentley und Porsche im Standard Sound im VW-Konzern zu etablieren. Außerdem wünsche ich mir die Weiterentwicklung unserer Soundcube-Frameworks hin zu einem holistischen Sounderlebnis, welches unseren Kunden die Möglichkeit gibt, den Audi Sound auch auf seinem Smartphone oder Home-Entertainment zu genießen.